Hallo, ich zeige dir nun kurz, was es mit Formatvorlagen auf sich hat, die du hier bei jedem Artikel rechts in der Leiste als Optionen findest. Generell kannst du hier zwischen verschiedenen Formatvorlagen auswählen und Formatvorlagen dienen dazu, dass Artikel auf bestimmte Art und Weise später auf der Seite angezeigt werden. Generell ist es bei uns so, dass Standard für Standardtexte genommen wird, Bild für Bild, Teasings oder generell für Artikel, die groß dargestellt werden sollen auf der Seite. Link sieht genauso aus wie Standard, nur dass sich das Symbol ändert, genauso wie Audio, das heißt Audio wird für Podcasts verwendet und Video hat auch ein großes Vorschaubild, das heißt es wird auch für Teasings verwendet. Dass du dir das mal besser vorstellen kannst, habe ich hier mal verschiedene Versionen dieses Artikels veröffentlicht. Einmal sieht so Standard aus, dann sieht so Bild aus, das wäre Audio, wie gesagt, sieht genauso aus wie Standard, nur mit einem anderen Symbol und das wäre Video. Und jetzt kannst du dir eben überlegen, welche Formatvorlage möchte ich haben, will ich meinen Artikel teasern, also sodass er groß angezeigt wird, oder normal veröffentlichen oder handelt es sich um einen Podcast wie hier.